Das ist die erste Polenwellerbestellung in diesem Jahr. Ich habe schon mal grob alles aufgeschnitten und fange gleich auch damit an auszupacken. Ich werde nicht viel reden, ich werde euch nur die ganzen Produkte zeigen. Und los geht's. Spannende Tome Fertig. Zwei 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 Und jetzt noch ein paar Minuten. Das war der erste Karton. Weiter geht es mit dem zweiten Karton. Und dann machen wir die Koffer. Und dann drinnen. Dann brauchen wir die Koffer. Die Maschine, die Maschine und die Maschine und die Maschine. Okay. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 17, 19, 25, 25, 15, 17. Maschinen Das ist wirklich gut. Zitzen, Zitzen, Zitzen Und jetzt noch ein paar Teile. Hier also, hier in der Salat, und hier in der Zutton, hier in der Zutton, am liebsten. Und jetzt, die Schrauben. Die Zuttoni und die Zuttoni und der Zuttoni, auf der Zuttoni und der Zuttoni, in der Zuttoni und der Zuttoni und der Zuttoni und der Zuttoni. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und das müsste ein ganzer Karton sein Von den FP3 50 Packungen Die neue Charge So, und der letzte Karton Das müsste auch ein ganzer Karton sein Von den Crazy Roberts So, und der letzte Karton Das war die erste Bestellung 2015 Weitere werden folgen